und herzlich willkommen zurück zu genjin impact denn wir machen heute also ich mache heute erst mal alleine hier den wildflucht weil ich habe schon mal mit meinem freund sascha wildflucht gespielt aber bei wenn man wenn man gruppe spielt kriegt man keinen fluchthaler und deswegen wollen wir mal hier alleine versuchen mein fluchthaler zu sammeln hier ja schwer zusammenspielen und zwar habe ich bock drauf zu spielen aber man kann man auch die figuren daraus wechseln ich bin mal gespannt wo wir jetzt mal wieder landen hoffentlich mal ein wunder und hoffentlich weingut morgenröde weil das ist für mich das idealste fieseste versteck von allen und jawoll weingut morgenröde das ist super denn wir spielen hier die mietze katze also die süße mietze katze einer spielt jungen ich glaube jungen spielt die log und schon reden also ich bin bereit ich soll auf bereit drücken so los geht's also den schmetterling kann man nicht sammeln schade okay für dieses geschicht dieses versteck weiß keiner ich bin so aufgeregt ich habe ich bin ich bin wenigsten froh dass endlich mal wieder mal ein ein windflucht kommt spricht schreibt keine schreibt gerade eine russisch wahrscheinlich eine russische im genshin impact aber ich muss aufpassen manche spiele sind so fies dass man auch ganz schnell wie möglich so viele verstecke zu finden weiß gar keiner daran dass er jemand findet oh gott okay gut okay gut ich habe gerade so ich habe auch so angst bekommen weil alter schwede die hätte mich fast der hat mich fast gefunden der hat mich fast gefunden alter schwede das war so knapp das war so mega mäßig knapp oh gott oh gott okay ein geheimgunst alter schwede macht macht das nicht was unfaires dann wäre dann wäre das sofort unfair okay oh gott was macht die klettert klettert die klettert die oh gott ok krieg ich gern zur haut jetzt krieg ich gern zur haut röntgen augen und ein oder die stunden die wird scheiße verdammt doch mal blut ich hasse diese blöden wein weinrenke verdammt noch mal verdammt das macht die anderen auch noch hier instant hat mich als hat die mich als erstes gefunden bitte lasst uns noch gewinnen heute sieht gut aus komm schon komm schon jawoll jawoll super bestes team wundervoll mich hat sie einfach instant gefunden und 402 jetzt schon wunder wunder wundervoll aber ich habe dafür bock noch eine runde zu spielen und dafür urgesteine zu kriegen ja ich habe noch mal lust zu spielen so mal schauen wo wir als nächstes bin ich wieder rebell oder jäger bei da hat man zwei titel entweder der rebell oder jäger und jäger muss man alle drei finden und das ist eins der schwierigsten auftrag was ihm als gegeben wurde in den mini spiel ich weiß nicht wo wir da gehen ich weiß nicht wo wir da gehen ich weiß nicht wo wir da gehen oh Ritu und ich bin ein jäger oh gott wir spielen mal hier Zayu einer spielt Klee Diluc und Ito HAH Alter das erschreckt mich nicht so von hier an du bist unter der Juristikion der Konjo-Kommission von hier an du bist unter der Juristikion der Konjo-Kommission ja das Schild wird gleich weg sein und jetzt muss ich daran finden und dann beginnen wir die Syrer und dann beginnen wir die Syrer du bist unter der Juristikion der Konjo-Kommission hier ja das ist einige auch sehr böse gefunden Weil der Sascha hatte auch schon mal, war ja schon ganz fies versteckt, dass er als Baum versteckt hatte. Und das war sehr fies. Okay, hier könnte auch so ein fieses Versteck gewesen sein. Nein, hier ist es auch nicht. Was? Lol. Lol. Aha, ah. Ich wusste gar nicht, dass ich das direkt eins gefangen habe. So. Aha. Komm. Komm. Jawohl. Yes. Blitzaktion. Blitzaktion. Jawohl. Gut gemacht, Sayu. Oh, schon 830. Hippie. Ach, ja. Okay, das war jetzt richtig viel Spaß. So, jetzt können wir noch mal eine Runde machen. Ui, wir haben schon viele. Hihihi. Hihihi. So, wollen wir mal sehen, wo wir jetzt landen. Aber hoffentlich nicht was Unfaires, weil das wäre dann richtig gefährlich. Besonders, wenn man Jäger ist und so. Jäger oder Rebell? Rebell. Ah, in der Nähe von Liu. Da spielen wir mal. Nochmal, Diona. Los geht's. Oh, zweimal Zhongli. Okay, und ein Kasua. Let's go, let's go. Ha. Ah, okay. Ah, okay. Okay. Okay, hoffentlich findet er mich nicht. Okay, es sind zwei Russen dabei und ein anderer. Okay, hoffentlich ist es ein gutes Versteck, dass ich mich nicht findet. Spannung, Spannung pur. Oh, ich kann das Publisher hier ja nie sehen, wenn ich drehe. Oh, 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 hoffentlich findet er mich nicht. Oh, 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 oh. Gänsehaut. Ich krieg Gänsehaut. Ich krieg Gänsehaut. Wenn das wirklich so ist, da habe ich echt ein fieses Versteck gefunden. Ich muss vorsichtig sein. Na, nein. Na, verdammt. Mich hat's gefunden. Verdammt. Mich hat's gefunden. Da wird sie sagen so, wer ist denn hier so, wer ist denn hier so gemein hier und versteckt sich unter der Brücke? Komm schon. Schnell. Kursor. Verdammt. Und andere Jongli. Bitte. Bitte. Beweg dich. Beweg dich. Komm. Nein. Nein. Aber tollkönner Kundschafter. Hm, dafür kriegt man auch dazu Bonus. So, jetzt mache ich jetzt nur noch eine Runde. Und dann werde ich mir auch mal wieder Gänsehaut hier beenden. Ja. Ich habe noch mal Bock draus. Oh. Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Verdammt nochmal. So, wollen wir mal gucken hier, wo wir jetzt, also wo wir jetzt landen. Oh, in der Ruine. In so eine Ruine, in For the U. Dann ist es Zeit für Amber. Einer ist Euler, Diluc und Kitching. Ah, Mist. Mist. Dann wissen wir noch nicht, ob das eine gute Idee ist. Aber wir versuchen es mal. Hä? Shogun-Chan hat ein bisschen Gesundheit verloren. Hm? Das ist merkwürdig. Einer hat es schon gefangen. Die Kiching. Oh Gott. Oh Gott, das war eine schlechte Idee. Oh Gott, das war eine schlechte Idee fürs Verstecken. Das war eine schlechte Idee. Wir müssen jetzt vorsichtig sein. Nicht, dass sie das als letztes findet, sonst wäre das so peinlich, dass wir so schnell verloren haben. Warte, ich laufe hinterher. Ich laufe dir hinterher. Und guck mal, wo du findest. Kein Gunst. Die Kichung. Ach, da bist du. Wieso läuft die? Ha! Schalt, hat sie noch nicht gesehen. Warte, ich folge dir nichts. Nein, hat sie ja nicht gefunden. Schalt, den noch nicht gefunden zu haben. Vielleicht gewinnen wir doch noch. Ah, einer scheint vor richtig fies versteckt zu sein. Komm schon, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Jawoll! Yeah! Jawoll! Super! Doch noch gewonnen. War ein bisschen schlechter Versteck, aber trotzdem haben wir gewonnen. Na dann, bis bald meine lieben Freunde. Macht's gut und ciao, ciao! Ciao! Vielen Dank.